Drittens 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 Brotter geht, er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt im Traum? Mit Gaudel und Pahel fahren's beide Karussell, plötzlich ruft sie, Franzl, schau, ist das nicht deine Frau? Ja, sagt ihr fix laut und sterben, mit mein Zimmerherrn, na schön ist so ein Ringgespül, das ist eine Hetzung, kostet Höhe, damit sich der gerne Mann auch diese Freude leisten kann. Immer wieder fährt man weg und dreht sich doch am Sönnfleck, man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringgespül. Alles aussteigend, bitte sehr.